Hallo, dann sag mir doch mal bitte deinen Namen. Ich heiße Sophie Jon. Okay, und wie lange trainiert du hier in der Schule? Ich denke seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren sowas. Okay, und das macht dir viel Spaß und du kommst voran. Du hast heute noch Prüfung? Genau, ich habe heute die Prüfung zum Protokoll. Das macht mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß. Es ist auch ein super Ausgleich zur Arbeit, wo man den ganzen Tag sitzt und so weiter. Und es macht auch im Team super viel Spaß. Die Leute sind sehr nett. Und ja, man braucht es wie gesagt auch für draußen, für auf der Straße. Hast du schon mal gebraucht? Bist du schon mal in eine Situation gekommen, wo du angegriffen wurdest? Zum Glück muss ich sagen, noch nicht. Aber ich muss auch sagen, man fühlt sich sehr viel sicherer. Man hat einfach ein anderes Selbstbewusstsein. Man weiß, okay, wenn jetzt was kommen würde, dann könnte ich mich wehren. Ob es funktioniert, ist die andere Frage. Aber man hat sozusagen schon mal den Gedanken, ich könnte was machen. Ja, also du strahlst auch diese Sicherheit einfach aus. Ich denke schon. Und glaubst auch, dass du deswegen... Ich hoffe doch, ja. Sehr schön, das freut mich. Ja gut, dann wünsche ich dir ganz viel Glück für die Prüfung. Dankeschön. Und bis bald. Bis dann. Danke dir, ciao. Danke dir, ciao.